Auch die HNA-Kamera wurde munter durcheinandergewirbelt, denn die aufblasbare City-Slide-Rutsche gastierte auf dem Kasseler Steinweg. Die 15 Meter Starthöhe erschreckten die Besucher nicht, sondern ließen sie in Scharen in die Stadt strömen. Die Gesamtlänge von 100 Metern war für viele Starter auch ein notwendiger Auslaufbereich. Für alle, die im Spaß fernbleiben mussten, noch einmal eine rasante Fahrt ohne Kommentar. Hallo? Den Teilnehmern und vor allem Familien bereitete die Attraktion über das Wochenende viel Vergnügen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017